Hallo zusammen, ich bin BöseGummibaum und willkommen zurück zu einem neuen Stream. Ich hab fast gesagt Let's Play, aber es ist kein Let's Play. Wir spielen Star Renegades weiter. Den Run, den wir jetzt eh schon ziemlich lange spielen, weil Runs in Star Renegades extrem lang sind. Fünf Stunden lang spielen wir ihn schon. Wir sind jetzt im letzten Level, also kurz vorm Endboss. Ich habe große Hoffnungen in einen Sieg. Wir sind kurz vor dem Endboss, oder? Warte, wir können die Stufe aufsteigen. Warte, kann ich mir Zeug kaufen? Ah ja, ich kann mir Zeug kaufen. Okay, 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 okay. Moment, Moment, Moment. Was machen wir überhaupt so? Oh, Dauerfeuer wäre geil für dich. Für den Schaden, das ist nochmal mehr Schaden, gell? Minus 40 Verteilung gegen Schildschaden. Das ist schon nochmal mehr Schaden. Und das Blutungdorf. Das Ding, das du hast, gibt dir nochmal mehr Schaden, oder? War ich schlau? Moment, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, was wir so gemacht haben. Bloß 38% Schaden, alle Angriffe. Hm, I like. Nur weiß ich nicht, ob die anderen langsam rebellieren. Wenn ich immer nur ihn verbessere. Maybe it's stupid. Du hättest Heap. Ich meine, dass du Heap hast, wäre schon auch nett. Don't get me wrong. Das ist Pulverisieren. Auch kein schlechter Angriff. Ich glaube, das Level 10 für ihn ist einfach das Beste. Er macht auch nochmal mehr Schaden. Ja, wir geben ihm hier mal, wir geben ihm hier mal Level 10. Wir hoffen, wir kommen noch zu ein paar mehr Stufen, Stufenaufstiegen. Was schon der Fall sein sollte. Wir haben noch ein paar Gegner dann vor dem Endboss im letzten Level, wenn wir auf dem Raumschiff sind, wo wir jetzt dann gleich hinkommen. Ähm, ich glaube, ich kann nicht nochmal wen anheuern, weil wir nämlich, ähm, einen Roboter bekommen. Ja, das ist natürlich das Problem jetzt so ein bisschen, dass ihr alle das nicht verwenden könnt. Das bringt mir leider nichts. Ich brauche mehr Schaden für ihn. Ich brauche nicht mehr Verlangsamung. Antimateria Plaster wäre geil. Aber, ähm, auch nicht so geil, weil er ihn nämlich nie benutzen mitkönnen. Nehmen wir noch das Pyroschwert. 6 bis 24 Arme, durchdringend Rüstung zu 25 Prozent. Äh, okay, wir kaufen das mal. Das heißt, wir würden dich gerne auf Level 9 bekommen. Und jetzt schauen wir nochmal kurz, was wir hier haben. Die Frage ist jetzt, ob ich lieber das... Bis 45 Prozent... Oh mein Gott, was hast du ausgerüstet? Du hast nichts ausgerüstet. Bis 45 Prozent Schaden! ...Multi-Eingriffe? Ich meine... ...It's gonna do so much damage, though. Okay, okay, ich gebe es zu, ich habe ein Lieblingskind. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben. It's possible. Wir werden es sehen, I guess. Okay. Let's go. Ab ins letzte Level. Genau, das ist jetzt der Roboter, der sich uns anschein... Ich glaube, der darf nicht sterben oder so. Vielleicht sollte ich das mir nochmal durchlesen. Das ist unsere letzte und beste Chance, das Imperium endgültig zu vertreiben. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, also sind sie verzweifelter und gefährlicher. Aber sie stecken in der Klemme viel Erfolg. Okay. Naja, zum nächsten Planeten. Aber der nächste Planet ist kein Planetspiel. Literally unplayable. Es ist kein Planet. Es ist ein fucking Raumschiff. Okay, 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 okay. Können wir dann nochmal lagern vor dem Endboss eigentlich? Ich glaube nicht. Which does suck a little bit. Sag mal, warte mal. Habe ich keine... Okay, ich habe Comboangriffe. Ich brauche... Hast du Combo mit jedem? Du kannst die Combo mit ihm machen. Ich weiß nicht, ob die Combo gut ist, aber ich will eine Combo. Ähm, I don't know. Hm. Oh, du kannst einfach das machen für alle wieder. Yeah, yeah, yeah. I like it. Und dann seid ihr eh befreundet, oder? Das reicht. Reicht das? Yeah, hey. Das reicht. Wonderful. Bin ich auf Level 3 mit euch beiden? Mini. Bla, 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 bla. Combo, Unterbrüch, Bereitschaft, Deckungsfall. Okay. Habe ich verheeren? Ich habe verheeren, oder? Ich habe verheeren. Okay, ich habe verheeren. Sehr gut. I like it. Eingriffe verursachen Crit-Schaden plus 25% für Zweikämpfe. Für ihn ist natürlich auch absolut fucking awesome. Und sie sind jetzt auf Level 3 beide. Was gibst du schon wieder ihm? Plus 50% Schaden gegen Markierung plus 40% Gesundheit. Ich glaube, mein normaler Schaden macht ja jetzt Markierung wegen dem einen Item, oder? Jetzt ist wirklich so ein bisschen die Frage. Ich meine, das wäre so gut für ihn, aber... Ich meine, das... Plus 10 automatische Schildregeneration wäre auch nicht schlecht. Ihr beiden könnt euch nochmal verbessern. Nur habe ich nichts wirklich. Rüstungsdurchdringung. Schaden plus 10% Verteidigung plus 10%? Might be worth. Ich will ihn was anderes nochmal haben. Ich meine, ich würde natürlich gerne... Warte mal, hast du das Angriff für Reduzieren Schaden? Oh, which one is better? Das kostet leider zwei. Sonst geben wir ihm halt dann Rüstungsdurchdringung, oder so. Ich glaube, das Angriff für Reduzieren Schaden ist besser auf ihn. Wait. No, not Ian. No, I missclicked. Kann ich nochmal zurück? Können wir nochmal... Ja, spiel, darf ich nochmal? Oh, Gott. Oh, okay, wir haben das. Das ist geil. Ich meine, das ist übertrieben für ihn eigentlich. Was kriegt ihr für die Kombo? Ah, ihr habt schon die Kombo. Wird ich lieber euch besser machen, oder dich? Habt ihr euch beide eigentlich lieb? Ihr beide habt es euch lieb, okay. Das macht mehr Verlangsamung, gell? Nein, mit dir macht es mehr Verlangsamung. Fuck, bei wem würde ich das denn jetzt machen? Ich würde zuerst sehen, ob ich es irgendwie schaffe, doch noch auf. Aber ich glaube, das reicht nicht, ja. Okay, geben wir ihm mal Rüstungsdurchdringung. Es reicht nicht. Das habe ich mir eh gedacht. Ich weiß nicht, welche Kombo hier besser ist. Wahrscheinlich ihr beiden. Weil da kriege ich es später eh noch hin. Das waren jetzt nur 17. Da kriegst du noch mal Verlangsamung, oder? Bis 10 Sekunden Verzögerung auf alle Angriffe. Plus 50% Changi Markieren ist auch nicht so schlecht, wenn ich alles markiere mit ihm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe einen Angriff, der markiert. Aber ich habe schon wieder vergessen, was genau mit dem Item gestanden ist, das ich bekommen habe. Kann ich lagern? Ich glaube, ich kann nicht mehr lagern. Das ist keine Super Sad. Das ist übrigens nicht der Endgegner. Es gibt mehrere Endgegner. Es gibt sogar 5. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele Runden dieser Endkampf hat. Ich weiß nur, dass es ein Haufen Runden sind. Okay, wir wollen definitiv die 4 hin. Wir wollen nicht hier hin und hier hin. Wir haben eh Items. It's fine. Wir kriegen jetzt 2 Kämpfe und kriegen Schildverbesserung und Rüstungsverbesserung. Und alles wird wieder aufgeladen. Ganz am Ende. Was gut ist, nachdem wir ja kein Lager mehr haben, leider. Alright, ich glaube, er offen in den Kampf. Ich glaube nicht, dass ich sie noch auf Level 9 bekomme, leider. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir mal ausschauen. Ähm, irgendein Bullshit wird ja gleich mal gemacht. Geil. Ja, not a fan. The fuck was that? Ich konnte nicht mehr was dagegen machen. Die blöden Bisse. Gut, dass wir dort durchgehen, wo wir nachher wieder, ähm, Jesus, what a bitch. Ähm, wo wir nachher unsere Schilde und so wieder verbessern. Wie weh tut dir das? Nicht so weh und ich meine, es gibt bloß 30 Sekunden. Das heißt, ihr seid wenigstens alle mal weg vom Fenster. Wer erfiedert das fucking Feuer schon wieder? Okay, let's have a look here. Nein, Einheit ansehen, bitte stop being a bitch. Du erwiedest Feuer? Konter. Schildverteilung ist der Konter allerdings. Hä? Das heißt, du gibst dir noch mehr Schild? Okay, Entladung mal als erstes. Tut mir leid. Auch wenn's dir ein bisschen weh tut. Äh, ich nehm mal an, ich kann jetzt nur dich hier angreifen, ha? War möglich. Du erwiedest Feuer. How the fuck do you... Wait. Was ist mir das... Spiel bitte, lass mich Sachen ansehen. You're killing me, Spiel. You're absolutely killing me. Der Konter ist Schildverteilung. 59. Zum Gehör ist das Feuer erwidern. Also 59 Schildschaden, den du in Wannersim verteilst, das ist das. Okay, wir machen leider kaum Schaden an dem... Ich kann niemanden anderen angreifen? Ich kann niemanden anderen angreifen. Ja, dieser Kampf gefällt mir schon mal gar nicht, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Not a fan. Äh, okay. Ist das a shitload of damage? Wie angenommen... Nur wieso mach ich so wenig hier? Bist du immun dagegen oder sowas? Wieso macht das dermaßen wenig Schaden? Ich glaube, du kriegst ihn wieder zurück. Äh. Ich glaube, das Problem ist, dass sie den Schild wieder zurückbekommt. Es ist aber alles nicht so schlimm. Warte mal, wenn wir das so machen. Dann ein Schmetterschlag. Wir machen so wenig Schaden an ihr. Jetzt insane! Wegen diesem blöden Feuer erwidern. Okay, lass mich mal kurz... Wir müssen ja quasi nicht mehr unbedingt sie angreifen. Wollen wir mal kurz ein bisschen überlegen hier. Sie steht vorne. That's the problem. Wir könnten auch einfach versuchen... Ich meine, das muss ich eigentlich machen, right? I guess ich könnte auch... Aber ich muss immer noch irgendwie verlangsamen dann. Nein, ich glaube, das ist schlicht und einfach die beste Idee hier. Weil jetzt verlangsamt beide von denen. Damit greifen wir sie an. Okay. Habe ich sonst irgendwas, was andere Leute angreifen kann, die nicht vorne stehen? Ja. Aber, ähm... Das bringt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, ich glaube, dich fast zur Kinn bringt am meisten, auch wenn es uns so viel Schild kostet. Wir können nächste Runde nochmal beide von denen aussetzen lassen. Es ist halt nur wirklich nervig, dass du so... Okay, einen Sven könntest du auch auf andere Leute machen. Resistenz gegen Pyro. Du erwiederst trotzdem das Feuer. Nein, warte. Du erwiederst das Feuer auf ihn gerade. Da erwiederst du kein Feuer. Ich weiß nicht, ob es dir das lohnt, um zu versuchen, ihn zu killen, statt sie zu killen. Wobei, warte mal. Eigentlich muss ich ja das Sauerfeuer nur auf dich machen. Das ist das Einzige, was es bringt. Macht der Rest von euch zusammen genug Schaden an dem, dass ich kille damit? I doubt it. Aber lasst uns das mal zumindest ausprobieren. Wir kriegen nicht ein bisschen runter zumindest. Ich meine, es kostet uns einen Haufen. Richtig tot. Okay, Wolf. Deswegen kriegt der Typ all den Schaden. Ich oderg, alsos Schaden geht es schon zu tun. Wir licen jetzt auf dem Spiegelếng. Ohne! Mike! Ich bin jetzt hier extra gut. Ich bin Da. Ich bin nachращ x2. Ich binял. Haben wir schon Rüstungsschaden genommen? Ich glaube ein bisschen. Inver hat, glaube ich, ein bisschen Rüstung verloren. Aber nicht allzu viel. So, gut. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ein Problem. Aber es hat jetzt kein... No, stop it. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte mit dir reden. Ja, wir haben schon wieder ein Feuer erwidern hier. I don't like this. Haben wir? Warte mal. Der chirurgische Eingriff ist ziemlich nervig. Ah, schmelzen geht auf alle. I see, I see, I see what the problem is. Das heißt, jetzt nimmst du eigentlich keinen Schaden mehr. Why? What? Ah, du bist immer noch dran. Okay, okay, okay. That's fine, that's fine. Okay, dann blitzen wir dich. So, jetzt ist keiner von euch mehr dran. Die Runde. Wunderbar. Das ist jetzt geht es darum, jetzt erst dich zu killen. Wobei, ähm... Kurze Frage. Ja, dazu oder fort. Wir morden dich einfach mit ihm. Ähm... Dann Schmetter schlagen wir hier. Spalten. Wobei... Nein, wieso? Wir entzweilen. Besser die Rüstung loszuwerden. Dann ist er eh nächstes Mal tot. Ähm... Ah, wobei... Ich könnte... Will ich kombon? Eigentlich würde ich gerne... Eigentlich würde ich gerne so wenig... ...Zorn verbrauchen wie möglich. Ich kann ihn nur noch mal verlangsamen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... ...leider ein bisschen Zorn verbrauchen. Weil ich würde das gerne nicht fressen hier. Außer wir können ihn jetzt vorher killen. Naja... Dann look like it. Also ich kann jetzt entweder... ...für die Betäubung Rechtschaffenheit verwenden, ...was minus 20 ist. Oder... ...I guess, äh... ...Streuschuss. Gibt zumindest einen Crit-Bonus. Ich glaube, wir morden nicht. Ja, und unterbrechen nicht. Das heißt, der Rest kann jetzt einfach... ...mit den fettesten Angriffen auf ihn draufhauen. Ich hoffe, das reißt. Ich will nicht Schild geben. Ähm... Excuse me. Himmelschlag, danke. Was habe ich gesucht? Hm... Ght schlecht aus momentan. Resistenz gegen Pyro. Wie viel ist die Detonation schon wieder? Ah, nicht so viel besser. Ich glaube, ich habe lieber einen geraden Schuss drauf. So, Annäherentod nächstes Mal. Ich glaube, wir kriegen den Todbevorrat dran. I hope so, at least. Sonst muss ich nochmal Zorn verbrauchen. Was nicht so cool wäre. Weil ich habe... Ich habe nicht mal genug Zorn. Ich meine... Ich komme auf 10 Zorn jetzt. Vielleicht würde ich einmal rauf und schießen. Aber nein, das wäre nicht gegangen. Okay. Er kommt nicht so früh dran. Das ist nice. Das wäre ein Crit. Spalte reicht nicht. Was ist besser? Schlag ist am besten. Ah, Annäherentod. Ähm... Himmelschlag geht sich aus. Wieso Späthöten? Warte mal, was ist Scheiterhaufen? Das ist schon wieder einfach gelogen. Das Späthöten. Ich meine, kann ich auch damit... Nein. Also Dauerfeuer geht sich vorher aus. Ist sowas von hin. Keine Ahnung, woher das Späthöten da kam. Anyways, er ist tot. Sehr schön. Dann kriegen wir das nächste Level ab. Also dich muss ich definitiv auf Level 9 bekommen für das Schwert. Und ich meine, Hebe ist auch was wert, nicht? Vielleicht dann, wer Schwäche hat gegen Multiangriff oder so. Oh, ich kann nicht zweimal die Stufe auf. Noice. Ich meine, das bringt jetzt leider nichts, der Nachtruf. Weil wir nicht mehr lagern können. Glaube ich. Bin nicht 100% sicher, aber ich glaube. Das heißt, wenn wir jetzt kurz auf Trupp gehen, kannst du das neue Schwert bekommen. Oh, wir haben 2. Fuck. Bringt Rüstung zu 25%, wirkt Verbrennen, stiehlt Arme. Ich meine, wenn du tatsächlich Arme stiehlst, ist das ziemlich imbar. Ich glaube, ergeben dir das. Benutzt du dir nur andere Schwerter? No, mate. Ne, ich meine, du bist nutzlos. No offense. Das ist immer noch das Beste für dich. Mein Gott, das ist jetzt alles so kacke ausgerüstet, abgesehen von ihm. Okay. Haben wir... Wir haben nur einen Haufen Gewehre rum. Okay. Alles cool. Nächster Kampf hier. Dann können wir nochmal wen auflabeln. Wir haben nur noch nicht wirklich Ausrüstung mehr. Aber ich meine, hochleveln schadet ja trotzdem nichts nicht. Und wenn man keine Ausrüstung jetzt direkt dafür hat. Hier, da werden Raketen. Not a fan. Lots of shit. Ist denn das nur irgendwie markiert worden? Wir kriegen alle einen Haufen Rüstung. Okay. Ähm. Ist jetzt quasi alles Pisse. Kommst du zuerst dran? Nein. Cool. Die sind aber trotzdem alle mega schnell. Und man tut dir weh, aber nicht so weh. Was machst du genau? Okay. Keine Aktion im Vorbereiter? Wait. Ich shitting. Ich shitting. Nein. Okay. Du machst gar nichts. Neu kalibrieren. Okay. Not that big of a deer. Okay. Jetzt greifen wir alle deer an. Das ist auch nicht schlecht. Ähm. Können wir vielleicht was mit Deflektion machen. Wen kannst du wohl das angreifen? Also mit den zwei Neale. Mit Spalten. Die drei. Äh. Wen kannst du einfach so killen? Alle. It's so much damage. Äh. Ich meine, ich muss dich dabei nicht unbedingt killen. Kann ich dich? Ich meine, du bist wahrscheinlich am schwierigsten zu killen, right? Ah. Die fucking Rakete kommt zuerst dran. So kommst du gar nicht dran. Ich meine, nein, nein, nein. Warte mal kurz. Ich meine, nein. Warte nicht kurz. Wir morden einfach dich auf einmal. That is absolutely worth. Du musst Deflektion gegen alle anderen. I guess. Und jetzt schauen wir, wie wir noch killen. Wobei, jetzt haben wir ihn und euch beiden. Das ist aber reicht, gell? Um dich wegzukillen. Naja. Okay, cool. Ich glaube, das ist ein guter Move. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Move. Ich meine, offensichtlich werden wir hier eine weitere Ladung drauf haben. Die Bursche mal ein bisschen zu verlangsamen. Du bist auch noch dran, ha? Du tust tatsächlich was. Machst du auch was? Nein, warte mal. Dude, please. Nein, du machst nichts außer blöd im Weg zu stehen. Was aber, glaube ich, eh deine Aufgabe ist, oder? Nein, du stehst nicht mal blöd im Weg. Ah doch, du stehst blöd im Weg. Mein Fehler. Okay. Ähm, mordest du sie wieder? Äh, okay. Du kommst nur leider später dran. Und ich kann es sag's. Also wenn wir jetzt erst dich aus dem Weg kennen, ist aber super hart. Bist du irgendwie, sag mal, wieso werde ich da keine Rüstung los, wenn ich das mache? Bist du von irgendwie gedeckt? Aber du greifst alle an. Das ist auch unsympathisch von dir, muss ich sagen. Wobei, du kommst ja gar nicht dran. Wen greifst du an? Naja, unseren, unseren, unseren schönen Roboter. Hm. Hm, 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 hm. Du könntest Sprengstoff platzieren. Mein Gott, wir killen dich einfach nur mit dir. Was sollen wir hier das machen? Wir haben hier einen Angriff, der zumindest später ist. Ich weiß nicht, wie viel Spalt der macht allerdings an dem Viechi. Mal jetzt mal. Wir können hier nochmal blitzen, natürlich. Dann kommt das. Oh, wir können nicht blitzen. Wir können hier nochmal blitzen, natürlich. Nope, wrong. Ähm. Ich glaube nicht, dass wir das Viechi killen, nachdem wir das Viechi nicht gekillt haben. Naja, und das bringt gar nichts, weil du killst es eh nicht. Hast du, ich muss, dass es später ist? Markiert, ähm. Nein, plus 50 gegen markiert. Not sure. Machen wir einfach... Festung brauchen wir auch nicht. Das trifft mir hier keiner mehr, außer du. Ich meine, du kannst das Viech decken, aber es macht den ja auch nicht wirklich einen Riesenunterschied. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Dann machen wir halt Schaden an den anderen. Oder wir machen den Sprengstoff. Ja, wir platzieren Sprengstoff. Das ist fein. Okay, ein großartiger Zug, aber good enough. Okay, wir haben gar nicht die andere Rakete angegriffen, sondern den da hinten. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Wieso hat das jetzt trotzdem das Viech gefressen? Habe ich den falschen gedeckt? Ich meine, das wird langsam ein bisschen nervig hier, I'm not gonna lie. Diese ganzen scheiß Raketen. Bist du vor mir? No. Einmal, wie viel macht Sprengstoff detonieren hier? Mann, ist nicht kacke, ne? Ich würde ihn natürlich gerne killen. Okay, wen haben wir jetzt noch übrig? Wir haben dich noch übrig. Das ist wieder nur die. Du bist sowas von Overkill auf alle von denen. Was hättest du? Das Einzige, was da hinten angreifen kann, wäre Zielerfassung, was nicht reicht. Das mit den Zweien reicht auch nicht. Wenn meine Zielerfassung plus den Zweien reicht, dann müssen wir nur schauen, ob was hier eigentlich so anspringt gerade. Keine Aktion in Vorbereitung, keine Aktion in Vorbereitung. Du musst schaden an ihm. Was ist, wenn ich dich decke? Und diesmal for real? Du verlierst deine Rüstung dafür. Ich meine, wir kriegen die ganze Rüstung eh zurück, nächste Runde. Aber wir könnten ja auch versuchen... Was ist das Viecher, das tatsächlich eingreift? Nicht du, nicht du, sondern du. Ja, okay. Was ist, wenn ich dann... Wen haben wir noch übrig? Wenn wir euch beiden da hinten... Was machst du eigentlich? Aus Schildwurf könnte er auch. Reicht das? Warte mal, was machst du mit Zielerfassung? Macht der Meisten. Ähm, was ist, wenn wir... Okay, was ist, wenn wir Zielerfassung hier machen? Wupsi. I didn't actually wanna do that. Ähm. Okay, warte, es sind jetzt... Ihr beiden habt's noch nix gemacht, gell? Okay, okay, okay. Dann machst du Schildwurf, das killt ihn. Und dann machst du Schlag. Ja. We got the good one. Ich hoffe, ich hab jetzt das richtige Ding angeklickt. Sonst... Ja, das ist ein bisschen tragisch. Ja, das war das, was geschossen hat. Und jetzt stirbst du noch. Nice. Nice, 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 nice. Okay, jetzt sind wir aber mal ehrlich, oder? Jetzt können mal die ganzen fucking Raketen nicht sterben. Mein Gott, wir machen so wenig Schaden, though. Excuse me. God damn it. Ich will halt irgendwie gerne beide killen. Ich bin mir nicht sicher, ob's drin liegt. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht drin liegt. Also, vielleicht verbrennt der dann. Wir haben ja noch Brennen auf dem ganzen Zeug und so. Du hast aber momentan keinen Debuff dabei. Eins, zwei, drei, vier Leute, die gehen können. Das heißt, ich glaube, ich kille leider nur die beiden. Ich meine, du killst beide von ihnen mit einem Schuss. Das Problem ist... Okay, was ist, wenn ich spalte? Spalte ist später, gell? Okay, let me see. Das ist, wenn wir dich so... Und so killen. Du mordest das hier. Und du spaltest. Und damit greifst du mit dem Spalte hin da hinten an, weil alle beiden anderen schon tot sind, wenn du da reinkommst. Okay. Und jetzt feiern wir wieder nur die mittlere natürlich. Das einzige Problem ist, dass er sich damit halt die ganze Zeit schützt. Ich frage mich, ob wir ihn nicht einfach irgendwann nochmal betäuben wollen. Ich meine, wir könnten ihn die ganze Zeit killen mit Verheeren oder so. Können wir nicht killen? Wait a second. Nein, nicht Streuerschuss. Oh, wirklich? Okay. Wait, he's not dead! I thought he'd be dead! Das ist ein bisschen nervig. Nur weil die Dings kommen ja nicht dran. Das heißt, wir können einfach nach hinten in Zweien sein. Das bist du aber definitiv hin. Kannst du mir nicht erzählen. Oder brennt der jetzt? Ja, okay, er brennt. Okay, deswegen. Okay, 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 okay. Er brennt, he's dead, he's dead, he's fine. Jetzt ist nur noch die Frage, wie dich moden können. Du bist derjenige, der schießt, gell? Also, dasjenige? Äh, don't know. Please stop. Mein Gott, Spiel! Du bist so nervig manchmal. Ich glaube, es ist aufgelegt auf die, ähm, auf Konsole oder auf Controller eigentlich. Ich muss schauen, ob es einen Hotkey dafür gibt. Vielleicht funktioniert es dann besser, als wenn man da drauf klickt. Ähm, naja, ich wollte dich schauen, ob du feuerst. Du feuerst nicht, du wirst nun befeuert. Äh, du feuerst auch nicht. Okay, jetzt bist du, der feuert. Die feuert. Dasjenige, das, whatever. Äh, du würdest killen. Und dann kommst du aber später dran, nehme ich an, als die anderen beiden. Also, wieso machst du nicht, äh, gerade Schuss. Du musst Schmetter schlagen. Ah, das killt den wieder nicht. Und dann kannst du Heap machen. Ja, und dann kommst du auch später dran. Okay, schlage einfach. Schmetter schlag. Kommt's alle gleichzeitig dran, als ob irgendwer von euch greift eine andere an. Außer, fuck. Außer sie ist am, am letzten. Die Walküre. Okay, ich nehme mal an, die Raketen können jetzt niemanden mehr was tun, ha? Wird dir ein bisschen tragisch für die Raketen, not gonna lie. Okay, ich nehme mal an. Okay, ich nehme mal an. Dann gehe ich zum Beispiel. Okay, ich nehme meinen an. Okay. Okay, ich gebe es am hot. Ja, ich nehme mal an... Okay. Hier, schneller wird es. Genau, wir haben mal 170 DNA bekommen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wo sind wir? Hier, okay, 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 got it. Können wir zwei, wir könnten die beiden machen. Oder dich. Können wir machen, die beiden. Okay, jetzt geht's hier, es wird alles repariert. Ähm, du kriegst nochmal, wo ist sie? Aegis erhält plus sechs Rüstung, Aegis erhält auch die plus Schilde. Ähm, von mir aus heilen wir auch noch. Nicht, dass das wirklich viel bringt, aber ich glaube, wir können einfach nachher nicht mehr. Okay, nochmal kurz durch. Ich glaube, wir haben, nein, wir haben vorher durchgeschaut. Wir müssen nicht nochmal durch die, durch die Items schauen. Alright, let's go! Ja, 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 nervige Tentakel, nothing new here. Also für mich, für euch schon. Es ist eine Ehre zu dienen, bla 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 bla. What the fuck is your problem? Das macht dir nicht mal Schaden. Okay, du konntest. Ähm. Entladung tut dich nicht nach hinten schicken. Blitz werde, ha? Ähm, mit Blitz meine ich... Ah, wait. You're the wrong person. Blitz. Wie weh tut dir das? God damn it. Holy shit, er ist tot, wenn ich das mache. Ähm, das ist ein bisschen ein Problem, nicht? Kann ich dich unterbrechen? Oder machst du dann den Blödsinn immer noch? Ich meine, er stirbt nicht. Und er verliert nicht mal Rüstung, wenn ich das mache. Was ist Chaos? Aber es bringt, glaube ich, extrem viel, oder nicht? Warte, ist das überhaupt der Richtige? Das Klicken ist manchmal ein bisschen schwierig hier. Das wäre er, das wäre er, das ist er da hinten. Ich glaube, Wurf. Ich weiß noch nicht, ob das das Feuer wieder unterbricht, aber ich glaube. Weil das ziemlich viel helfen würde. Nee, okay, okay, okay. Nur ihn quitten wir halt super wegen der Rüstung. Nur wir kriegen wir ihn noch jetzt nach hinten. Mann, wir haben den ganzen Zorn, shit. Wir haben nur deine Instant. Das bedeutet, wenn ich deine Instant-Attacke mache. Mit dir zusammen, nicht so cool. Das wäre nicht so schlecht, actually. Verschiebt dich das? Das verschiebt dich. Nicht wirklich genug, allerdings, dafür, dass wir dich ordentlich quitten, ne? Aber genug, dass du vom anderen verschoben wirst. Welche zwei sind das? Ah, fuck, das bist du, gell? Nein. Haben wir noch irgendwas? Verschiebt das irgendwie? Ich meine, nicht mehr verheerend zu haben, wird ziemlich unangenehm. Für später. Ist es besser, jetzt schon blindfights? I don't know. Okay, nochmal, du machst an ihm ein bisschen Schaden. Das ist, wenn ich einfach entlade, um ihn nach hinten zu schieben. Gehe ich dich ohne dich zu quitten? Absolut nicht. Nicht da nähernd. Wir können einfach den anderen killen, da. Also, actually, what the fuck don't I do that? Wir scheißen auf dieses Tentakel, da. Es greift eh nur ihn an. Den kann sie nicht quitten. Und wir decken nicht. Das heißt, wir sind zwei in dich da drüben. Wir, ähm... Warte, wir müssen nur sehen, was der andere hier macht. Das machst du. Chaos auf ihn. Okay. Wir können aber Festung machen mit dir. Okay, wir machen Entladung. Und dann Dauerfeuer. Das Viech ist leider immer noch nicht tot. Das ist keine Sand. Aber wir könnten natürlich... Aber du bist so annähernd tot. Ich freue mich, ob es gescheit ist, hier dann Blindfeuer zu machen. Ich glaube, was ist es gescheiter, Blindfeuer zu machen. Wenn wir hier Blindfeuer machen und wenn du Festung machst... Ja, dann verlierst du ein bisschen Schilder und sonst sind alle cool. Ich glaube, das ist das Schlaueste. Allerdings, hm... Hat mir der Zug nicht sehr gefallen. Ah, Festung ist nur einmal, wie es aussieht. Ich dachte, gut, sie machen gar nichts, was? God damn it. That's not a big deal, actually. Das nervt. Was ist Bereitschaft? Kann nicht verlangsamt werden. Ähm... Es wäre cool, dich so schnell wie möglich zu killen. Das ist offensichtlich nicht schnell genug. Fuck. Was ist, wenn ich ihn decke? Und dann eingreife? Geht das? Let's check. Du machst es nicht sofort, also ich kann es noch abbrechen. Ja, okay, das geht auf C. Da könnten wir entladen, technisch gesehen. Okay. Wann kann ich dich dann schlagen? Mom. Hört sich immer noch nicht aus. Ich meine, ich kann nicht Dauerfeuern und wen anderen spalten, I guess. Dauerfeuer killt dich. Und was machen dann die anderen beiden? Ich meine, du könntest den Sprengstoff platzieren, I guess. Kannst du ihn blitzen? Mann. Warte, wieso nimmst du dann keinen Schaden? Willst du dann nicht schaden? Ja, wenn ich das mache, dann kontert der doch. No? Ich hätte gedacht, er kontert da. Hm. Ja, das heißt, du könntest Sprengstoff platzieren, du tust spalten. Ich denke, keiner makes sense. Ich glaube ihm nicht, dass das... Das Problem ist, ich glaube ihm nicht, dass das nicht... Dass ich da nicht Gegenfeuer abbekomme. Aber ich meine, vielleicht sollte ich es dem Spiel glauben. Ich check da nicht ganz, wieso. Weil es instant ist. Vielleicht sollte ich mir das einmal ausprobieren für seins. Okay, das Spiel hat nicht gelogen. Big fan. Was machst du eigentlich? Das hätte ich mir vorher anschauen sollen, by the way. Okay, das ist fein. Okay, das ist du, Modestin. Oh, weil du das... Du wirst bei ihm das schon verbrauchen? Dann kann ich dich auch einfach in 2, ne? Na, okay, cool. Äh, dann spalten wir nicht stattdessen. Okay, das ist gut. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Erstens, was ist Quantenschlag? Auf alle. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Okay, das könnte man einfach unterlassen. Das heißt, ich will dich hier nur, ähm... Ich will hier irgendwie davon abhalten, das zu tun. Which is pretty easy, indem ich einfach entlade. Und dann bist du sowieso mal wieder verschoben auf nächste Runde. Ja, that sounds good. Dann könnten wir hier entzweien. Du kannst gerade schießen. Ja, Feuer ist Feuer, ne? Ja, okay. In dem Fall ist das... In dem Fall tust du vielleicht besser Sprengstoff platzieren, oder? Weil ich meine, du kannst dich auf ihn wie einen anderen schießen als ihn. Also, wir killen dich mit denen. I doubt it. Du chillt auf markieren. Schauen wir mal, ob wir... Okay, okay, Moment. Was ist, wenn ich... Das wären drei Crits. Nein, das killt dir nicht. Das lohnt sich nicht. Okay. In dem Fall nochmal alles abbrechen, bitte. Entladung. Das, wenn du... Okay, du kannst dich wirklich spalten. Ja, okay. Kannst du killen ohne... Ja, okay. Du kannst einfach killen. Dann machen wir das... Dann machen wir das so. Und dann machst du... Ich guess ein Zwein auf ihn. Auch wenn er ein Zwein da nicht so wahnsinnig viel bringt, aber... Mehr ist alles andere, ich guess. Und er kriegt wenigstens Verbrennen drauf in den ganzen Bullshit. Oder hätte ich lieber Schild gemacht mit dir? Nein, weil wir kommen da hinten nicht gescheit ran ohne ihn. Ich meine, du den auch nochmal ordentlich verlangsamen, ich guess, für nächste Runde. Und du platzierst dann mal Sprengstoff. Okay, das heißt, das sollte noch zwei Verlangsamungen übrig haben, nächste Runde. Ich frage mich, ob das genug ist, dass wir ihn killen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das heißt, jetzt kann ich mit dem... Jetzt kann ich mit dem Saboteur verlangsamen. Das bedeutet, du kannst Schild geben. Weil wenn ich jetzt dich blitze, dann bist du schon wieder weg. Genau. Das ist kind of dope. Kannst du dir selber Schild geben. Ja, gib dir mal selber wieder ein Schild, mein Junge. Damit es dir nicht so schlecht geht. Du kannst dich auch Schilder aufladen, aber das kannst du jederzeit machen. It's not necessary. Okay. Okay. Da haben wir jetzt wieder das berühmte Problem, dass leider die schildzerstörenden Sachen vor den Schadensattacken drankommen. Ja, was ist, wenn wir... Mach das Männer. Schlag ist nicht schlecht, oder? Ah, du hast schon. Wer hat noch nichts gemacht? Niemand. Äh. It's a problem. Es kostet ihm noch nicht mal Rüstung, wenn ich das so mache. Okay, no. I'm not doing that. Der Spalter nimmt ihm wenigstens ein bisschen Rüstung weg. Okay, Spalter und du machst Dauerfeuer. Ja, ist besser, als wenn ich hier Blimpfeuer mache, gell? Ja, für schon. Okay. Ja, das ist besser, als wenn ich hier Blimpfeuer mache, gell? Ja, das tut nicht mal so weh. Ich feld mir gerade auf. Ich could just take this. Also, wenn du Festung machst... Mal sehen. Wenn du Festung machst, wie schaut's dann aus? Das stimmt aber meistens nicht. Jetzt sagt er mir nur, sie nimmt Schildschaden, but it's usually a lie. Okay. Oder vielleicht haben die anders Schaden genommen. Lass ich nochmal kurz Festung durchlesen. Wird gedeckt. Deckt. Alle Verbündeten decken. Vielleicht, weil all der Schaden gleichzeitig rauskommt, kann sie alle auf einmal decken. Mal vor, hatte ich das Gefühl, konnte sie das nicht. Anyways, that is perfect. Ähm, dann würdest du mal wieder entzweien, natürlich. Wir critten schön. Wir sind der Generation, wäre jetzt auch nicht schlecht hier. I'm pretty much murdering you next turn, I feel like. Ähm. Wir müssen nicht jetzt unbedingt detonieren. Klar, der Schuss reicht auch. Wie viel wir das Dauerfeuer machen? Nicht genug. Okay, dann machen wir auch nochmal Blindfeuer hier. Und wir haben die ganzen Kombos noch. Und wir haben ihn, wir haben auch noch einmal betäuben mit dem, äh... Was war das? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Schadenstyp. Weil, wie gesagt, wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Kampf. Nur weil er stirbt. Oh ja, diesmal hat es tatsächlich so geklappt, wie überhaupt. And I like it. Das liebe Mutter, sure, my dude. Aber, ähm, du wirst jetzt sowas von sterben. It's not even funny. Und zwar in... Dauerfeuer... Come on. Don't lie to me. He's dead, right? He's not dead. Wait. Wait. Ich brauche wirklich noch den dazu. Mein gerader Schuss, wie gesagt, bringt eigentlich genauso viel. Warte, genauso viel? Äh, so viel. Circa genauso viel. Okay, let me... Let me have a look. Ähm. Wie wäre es, wenn du Spalte machst? Bringt das mehr Sinnzwein? Minimal mehr. Schade, ich wollte eigentlich noch Schild machen können mit dem anderen, aber es geht nicht. Wir müssen leider, ähm... den Himmelsschlag raushauen, damit er tatsächlich stirbt. Okay. 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 Oh, wait. Wir sind nochmal... Wir kommen nochmal raus. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Kann ich auch nochmal upgraden? Oh, cool. Cool, 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 cool. Cool, cool. Dann hätte ich natürlich viel mehr Shit hier rauskommen können. Ich wusste nicht mehr, ob ich da noch in den nächsten Raum gehen müssen. Oder ob... Bla, 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 bla. Aber die Käse. Das ist jetzt ihr Bruder, der ist jetzt böse auf einmal. Oh, fucking, schweigen. Dann hätten wir auch noch nicht unbedingt das hier machen müssen. Ich darf da nicht rüber, gell? Nein. Ich darf da auch da nicht weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht alle Wege gehen kann, sondern man muss sich einen aussuchen. Okay, wir kriegen einen weiteren Stufen. Was ist zu erhaken? Just die Skid. Wie der Blitz war... Ah ja, können wir für Sprengstoffplatzier machen. Schwer. 50% gegen markiert. Ähm. Ist spät, aber... Und Rüstungszerstern. They would not be that fucking bad. Dann hätte ich einen späten Eingriff zum Rüstungszerstern. Oder du kriegst sowas wie Schaden. Ich glaube, das taugt mir am meisten. Oder können wir zwei machen? Wir können so oder so zwei machen. Ah, okay. Dann geben wir dir mal einen Stufenaufstieg. Wenn auf Stufe 10 erliket. Das hier bringt dich wahnsinnig viel. Bloß zwei Sekunden hier. Ähm. Ich glaube nicht, dass du jemals wirklich Schaden machen musst. Wir machen das hier. Okay, lagern können wir aber nicht nochmal. Schaut aber nicht schlecht aus, muss ich sagen. Schaut gut aus. Das heißt, da ist jetzt der blöde Nährstofftank. Um gleich einmal was zu spoilern. Der stirbt nämlich nicht, wenn ihn das erste Mal killt. Hast du Freunde? Das sind momentan keine Freunde. I like it. Ähm. Please don't kill him immediately. Thank you. Okay, keine Freunde. Ich finde das super, dass er keine Freunde hat. Big Fan. Big fucking Fan. Äh, was ist mit einem kleinen Blitz? Oh, das tut dich nicht ganz nach hinten. Okay, das heißt, wir werden, ähm, wir werden nicht zweimal versuchen, ordentlich zu verschieben. Erstens machen wir Blitz. Äh, und zweitens... Ah, du kannst nichts machen. Okay, zweitens machen wir gar nichts. So, wie man es sieht. Ähm... Wie viel Schaden machst du mit deinem Dauerfeuer? Äh, shit-ton ist, glaube ich, der korrekte Ausdruck dafür. Okay, I like it. Ähm, machst du Verlang... Du musst aber nicht... Okay, Schilddorf gibt deine ordentliche Verlangsamung. Das heißt, wir schildwerfen, nicht? Ja, mir halt. Und dann machst du jetzt eben deine Zeraken. Attacke, wie die Nacht im Dauerfeuer ist und damit den... Hello? Wait. Ich dachte, das nimmt ihm sein ganzes Schild weg. Nein, das nimmt ihm nicht sein ganzes Schild weg. Ähm... Well... Well, 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 well... Ähm... 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 Natürlich nicht so gut, nicht? Okay, wir machen trotzdem den Schildwurf. Und dann machen wir halt einen Spalter von mir aus, whatever. Das ist ein bisschen halt langweilig. Hast du keinen Spalter mehr? Aber zu hacken ist der neue Spalter. I see... I show... I show... Wenigstens ist sein Schild weg. Sein Schild ist so wahrscheinlich auch weg. Das macht dann minimal mehr Damage. Okay, cool. Wir werden zumindest mal ein Schild losgewandet, okay? It's not the worst. Ja, das hat ihn markiert. Wunderbar. Das heißt, wir machen mehr Schaden mit dem ganzen anderen Bullshit. I like it. Nein, das ist ein Schild ist nicht weg, by the way. God damn it. Okay, Wurfklinge macht. Was machst du eigentlich? Lass dich mal anschauen. Sehe ich, dass du markiert bist? Nein. Vielleicht bist du doch nicht markiert. Du machst... Oh, okay, okay, okay. Warte mal, warte mal. Das ist, wenn ich mal kurz so ein bisschen decke hier. Wie schauen wir dann aus? Leiband. Cool. Dann deckst du mal so ein bisschen. Dann müssen wir nämlich nicht verlangsamen schon wieder oder irgendwelche Betäubungsangriffe verwenden, was mir nicht taugen würde, weil das wäre irgendwie eine zache Geschichte. Yo, Junge da. Können wir mal... Hey. Piepsies. Können wir... Das sind blöd... Wie hat das so ein Riesenschild, okay? Mach du das? Okay, das Desintegrieren bringt so oder sowas gegen die Blöde. I like that. I'm a fan. Wir desintegrieren nochmal. Hört sich gut an. Okay, jetzt können wir... Nein, nein, du musst ja das machen jetzt schon. Hey, kannst du irgendwas... Kannst du irgendwas Leibandes machen? Ich meine, relativ Leiband. Dass wenn du dann schlägst, okay, okay, okay. Und jetzt haben wir hier... Das Blindfeuer raus. Dann boostet er jetzt gleich schon nochmal 14 Rüstungen. Wunderbar. Die Bestie wird sich an uns laden, okay. If you say so. Oh, da hat ein bisschen mehr Rüstung bekommen gerade. Daran konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Ähm, wieso hast du schon wieder null? You just fucking did something, my dude. Du kannst jetzt schon wieder keine... What the fuck? Not okay? Just saying. Just not okay. Ähm, okay, Trickschuss. Weiß, wenn du nicht, wenn du nicht reinkommen würdest. Just saying. Hm, thank you. Ähm, wir haben die ganze Zeit 50 Zorn. Wir könnten mal mit jemandem ein bisschen zornlos werden, actually. Aber ich weiß nicht genau mit was. Wollen wir markieren einmal und damit viel mehr Schaden machen gegen alle? Es ist die einzige fucking... Meiner... Steht da eh nur sonst markiert. Angriffe, die markiert. Inwer? Anyone? Please? Hello? Es ist nur mein Unschönes mit ihm zu machen, weil er macht so viel schönen Schaden. Aber es wird drei Runden markiert. Probably worth. Ja, markieren wir ihn. Oder ist er eh markiert? Er ist markiert. Er ist markiert. I'm being stupid. Okay, 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 okay. Alles cool, alles cool, alles cool. Das ist dummast das hier mal. Ähm, das ist das Beste, was du aufführen kannst. Ähm, hier hätten wir mal wieder... Ein Zwein, das bringt immer noch mehr, als das zu haken, in Sachen Schild loswerden. Und dann desintegrieren wir. Oder wir tun irgendwie ein bisschen Schild verteilen irgendwo. Aber ich glaube, wir desintegrieren. Oder er hat schon hier die Vielrüstung, nicht? Okay. Das genau macht Mutterschrei... Ey. Ey, mit dem Schrei schaut ja schlecht aus. Ähm, wann darf ich dich jemals wieder verlangsamen, by the way? Ich meine, jetzt ist ja klar, dass ich dich darf. Das heißt, Mutterschrei kriegt er wahrscheinlich off at some point. Was ist, wenn wir Festung machen? Wie schlimm wird das für dich? Oh, no. Ziemlich schlimm. Ähm. Ich meine, wir können ihn schon noch ziemlich oft unterbrechen, I guess. Wir müssen mal checken. Wir machen jetzt schon einen Haufen Schaden mit Verheeren. Okay, wait a second. Wait a second. Wir hauen den Streuschuss raus. Er wird unterbrochen. Ich frage mich, ob wir ihn mit Verheeren killen können in der nächsten Runde. I don't think so, aber vielleicht. Moment. Ähm. Okay, du machst das hier natürlich. Du tust den Zwein. Rüstung wie möglich weg. Desintegration. Wir können mit dem Notfall auch immer noch nächste Runde nochmal betäuben. Nur wenn wir dann langsam alle unsere Kombos aufbrauchen. Ich weiß nicht mehr, wie schlimm der Rest wird von dem Kampf. Okay, jetzt macht er tiefe Wunde. Okay, okay, wait. Er macht einen anderen Bullshit. That is actually great. Das wollen wir ihn jetzt machen lassen. Könntest du ihn decken? Wieso verlierst du da trotzdem Leben? Naja, anyways, it's fine. Ja, deck ihn bitte. Ich mein, ihn critten wird jetzt eher nicht passieren. Ähm. Was ist wetten das? Ich mein, das crittet ihn wenigstens für zwei. Zwei Rüstung weg, meine ich. Aber sonst sind unsere Rüstungsdinge jetzt leider. Die werden keine Rüstung wegmachen, weil wir nicht critten können. Oh, das nimmt ihm fünf Rüstung weg. Weil es sofort ist. Cool. Zerreißen nimmt ihm gar keine Rüstung weg, aber er würde wenigstens quitten. Im Gegensatz zu all dem anderen Bullshit. Ich mein, die plus 50% Schaden bei ihm waren auch ganz nett. Nur die Runde da. Vielleicht machen wir jetzt nächste Runde. Wir machen zerreißen, das macht wenigstens so ein bisschen Schaden. Du kannst immer noch desintegren, oder du könntest sehen, aber dabei müssen wir ja niemanden Schild geben. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt wieder verlangsamen. Dann ist nämlich die Sache eh schon gegessen. Nachdem er jetzt dran gekommen ist. Okay, tut so, ihr seid ja Freunde. Er ist zweimal verlangsamt Barcamp. Ähm, das solltet ihr euch alle nach hinten verschieben. Wie blöd. I like that. Die Frage ist, wie viel Schaden machen wir da mit Dauerfeuer? Ich mein, momentan nicht so wahnsinnig viel. Äh, okay. Das macht dann einen Schaden. Du bist der, der da dran kommt mit dem helle Badenschlag. Der andere kommt gar nicht dran, die Runde. Ähm. Ja, ich will eh nicht die Einheit mehr ansehen. Ähm. Hm. Wir haben wieder das Problem. Weil das Zerhaken könnte es bringen. Wir könnten ihn... Aber es ist ja nur nicht nötig. Will ich jetzt mal Sprengstoff... Ich mein, wieder Blitz. Ist 40 Sekunden nächste Runde. Wobei wir die alle wahrscheinlich nicht bei gescheit verlangsamt könnten. Ich könnte ihn einfach nach hinten verschieben, natürlich. Und dann gehen wir so gut wie möglich auf den anderen Bus. Wobei dich deflektieren lassen, ist wahrscheinlich sogar besser. Okay, so. So. So kriegen wir hier wenigstens ein bisschen Rüstung weg. Wobei wir genauso einfach so hier... Naja. Das doesn't really matter. Ich glaube, wir machen Blitz auf ihn. Wir können ihn immer noch ein weiteres Mal verlangsamen nächste Runde. Which is great. Und dann machen wir einfach... Schmetterschlag. Zerhaken. Dauerfeuer. Wollte er sich gerade schillt, der Davion? Ich glaube fast. In dem Fall ist es sogar egal, wenn er nächste Runde drankommt. Naja, er holt sich Rüstung, was uncool ist, aber... Sollen wir machen. Okay, wir können die nicht mehr verlangsamen. Du solltest du nicht sterben, wenn sich sie irgendwie einrichten lässt. Wobei ich nicht so sicher bin, dass du sich einrichten lässt. Ich meine, es lässt sich einrichten, wenn wir dich... Fuck. For any way we're doing enough damage here. No. That is a problem. Weil diese Dings-Attacken sind echt nervig. Ich meine, ich habe noch meine eine... Ich habe noch eine Sache. In dem ich betäube. An jeder Hand kennen wir... Darf ich das nur einmal pro Kampf machen? Warte mal, da steht nichts davon, dass ich das nur einmal pro Kampf machen darf, nicht? Warte mal, das wäre Fläche. Ich würde aber eigentlich nur ihn killen. Warte, was steht... Lass mich kurz schauen. Nur einmal pro Kampf möglich. Da steht überhaupt nichts von nur einmal pro Kampf möglich. Warum am I not using this all the fucking time? Oh my god, ich bin so deppert. You can just murder everything easily. Okay. Okay, cool, cool. Ähm, goodbye. Warte, da steht nichts von nur einmal pro Kampf. Oh my god. So kann man sich das Leben auch selber schwer machen. Cool. Good job by me. Okay, 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 okay. Wir könnten ihn davon abhalten, es ist mir halt egal. Wenn wir die ganze Zeit verheeren machen können. Okay. She's gonna murder everything. Okay, du hast Deflektion. Ähm, sure. Ähm, wir können die Sprengstufe platzieren. Und wir können ihn wieder nach hinten verschieben. Wir sind noch nicht reingekommen. Oh, alle sind reingekommen. Ihr werdet sterben. Ich glaube nicht. Vielleicht liege ich falsch. Ich glaube ehrlich nicht. I just don't think so. Ey, du könntest du jetzt einfach betäuben. Du und deine blöde Wurfklinge. Stop it. Wait, haben wir den richtigen angegriffen gerade? Äh, okay. Gut. Gut, gut, gut. Das verschiebt dich nicht weit genug. Das ist ein bisschen nervig. Du hast gerade schon was gemacht. Oh no. Warte mal. Ich spiele ja gerade ein bisschen los, muss ich zugeben. Wenn das verlangsamt dich genug... Warte mal da. Gibt Sinn aus, was dich... Naja, das bringt mehr. Das verlangsamt dem mehr. Was mir wichtig ist. Da kann sich mal da erfahren. Wird das mehr bringen? Da verliert er ein bisschen Rüstung. Da verliert er mehr Leben. Ich glaube, Rüstung ist mir lieber. Ja, Kasinos machen wir es nicht alle angreift. Mh-hmm. Oh. Wait and see. What if I do this? Hast du den Sprengstoff gelegt? Ja. Und wieder Blitz bringt gerade gar nichts. Detonation bringt was. Wollen wir mal detonieren. Denn wir sind jetzt auf 14 Rüstung. Are you still not fucking dead? Are you still not fucking dead? Was ist es, wenn wir Degeneration machen würden? Warte mal. Mach ich dann alles, was ich machen wollte? Was machst du eigentlich noch? Auf Windows-Duelle Baden schlagen da, blöd? Auf sie. Kostet mich das Ding, siehst? Nein, das kostet mich keinen Zorn. Das Schild auf Lahn kostet mich halt ordentlich Zorn. Is it worth it? It's probably worth it. Was genau machst du? In zwei. Es ist ein bisschen die Frage, was passiert, wenn wir einfach nur verheeren? Bevor ich das jetzt... Again. Ich kann es wirklich nur einmal pro Runde... It didn't say. Okay. Well. That made things more difficult. Fine. Ähm. Ich nehme mal an der Stand, den wir im Kleingedruckten. Okay. In dem Fall machen wir definitiv... Gibt noch? Nein, wir können nichts sagen. Okay. Okay. Er kommt dran. Okay. In dem Fall machen wir definitiv Schild auf Lahn. Dann decken. Ja, okay. Dann bist du... Dann bist du nicht mehr so am Arsch wie gerade vorher. Und du machst den hier und dann ist er nächste Runde hier hin. Man könnte auch das machen. Aber ich glaube, das bringt mehr. Aber das macht die ganze Sache wieder schwieriger. Ich glaube, das macht eh so viel Schaden. Das ist nice. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Äh, ich war dagegen, dass du uns alle abschlachtest. Das soll Mutter schreische wieder. Das wird blöd. Was genau so lasst du dir sagen? Konter Vergeltung. Bitch ass motherfucker. Ähm. Wenn ich blitze, vergeltest du... Oh, ich meine, man vergeltest ganz ordentlich, wenn ich blitze. Ähm. Mein Gott, tut euch das allen weh. Manja, wir müssen ihn definitiv verlangsamen. Das ärgert so Deppert, das ärgert mich. Wir killen ihn nicht einmal. Imagine that. Don't even fucking murder him. Äh. Unterbrechen kann ich ihn ja jetzt nicht mehr. Wir haben... Wir haben noch Sam. Was ist das? Killt ihn nicht. Man, das ist nur der Erste, der angreift, der die ganze Scheiße abbekommt, nicht? Frage ist, ob ich dich dann opfern will dafür. Du tust ihn schön nach hinten schmeißen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich nur der Erste ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, du würdest das aushalten, aber geht das? Okay, dann müsste ich dich nur mit... Okay, okay, Moment. Okay, Moment. Das ist, wenn wir den hier machen. Den hier. Nein, du bist immer noch Feuer wieder. Okay, das macht dann überhaupt keinen Sinn. Du musst definitiv verlangsamt werden, das ist keine Frage. Oder warte, das war ein Blödsinn, oder? Du kommst ja nicht vor ihm dran. Wenn ich das mache. Naja. Ich glaube, du musst es am... Entweder du oder du have to take one for the team. Okay. 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 Ich glaube, es muss do sein. Excuse me. Ich habe eine huge mistake. Und du tust immer noch Feuer wieder. Okay. I see. Warte mal. Wir müssen ihn killen, bevor... Naja, wir machen den Überschlag hier. Haben wir etwas späteres für dich? Ja, okay. Ich mache den hier. Und du machst blind Feuer, aber du machst dann blind Feuer auf ihn. Okay, das ist definitiv problematisch hier gerade. Ja. Das ist super problematisch. Let me see. Und das einzige, wie wir eine Chance haben, dass das nicht tödlich ist, oder ganz schlimm, ist, indem wir sie tanken lassen. Ich mache Schildaufladung. Ich mache Festung. You're dead, apparently, if I do this. Also, wenn ich den Schildgeber gebe und dann Festung mache. Das würde ich jetzt natürlich gerne vorher wissen. Aber ich mache es nicht. Aber das ist ziemlich viel Schaden, hm? Man könnte es als ziemlich viel Schaden bezeichnen, ja. Okay, let's see. Wenn ich dir das gebe und du machst Festung. Still dead. Hat zwar Schild, aber ist trotzdem tot. Nice. Ähm... Ja, dann hat das nicht so wahnsinnig viel gebracht. Kannst du ihn entdecken? Ähm, damit das wenigstens was bringt, das ich dir gerade Schildgeber gegeben habe. I guess. Ich meine, wir quitten hier immer noch. Nur noch 49 Rüstung. Das ist ja ziemlich nett. Ich meine, obviously killen wir dich nicht, diese Runde. Und wie schlimm ist es, wenn du verteidigst? Ist ja mega schlimm. Ich freue mich, ob gerade der Schuss nicht schlau ist, einfach um noch mehr Rüstung runterzukriegen. Weil nächste Runde können wir ihn wieder einmal... Es ist immer noch nicht das Ende des Kampfes, by the way. Ähm, aber nächste Runde können wir... Können wir killen Territory, kommen wir nun. Aua? Aua, Aua, Aua. Aua, 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 au, 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 au. That's what I have to say for that. What the fuck? Stop it. Wieso bist du schon wieder so schnell dran? Weil tiefe Wunder nicht zu schlimm ist, I guess. Jetzt glaube ich lieber Schild geben. Was habe ich für eine Attacke, die schnell ist und viel verlangsamt? Dich. Die ist nicht schnell. Ist meine Schilde schneller? Brauchst du. 20 Sekunden ist ein bisschen kacke. Wen greifst du nachher an? Not that big of a deal. Okay, ähm. In jedem Fall entzweigen wir. Schmetterschlag. Du gibst ihr Schild zurück, weil sie ihn nächste Runde deckt. Ich frage jetzt, was da schlauer ist. Ich glaube fast, probably Dauerfeuer. Wir fangen schon an, schon anzumachen jetzt. Also er kommt jetzt noch einmal mit so einer Bullshit-Attacke dran. Ich glaube, dann ist er hin. Das erste Mal. Haben wir das noch nicht gemacht? Kann ich denn auch. Wait. Wird das nach einer Zeit lang wieder... Oder du kostest aber nicht so viel. Wird das noch eine Zeit lang wieder... Nein, nix davon ist die Betäubung-Kombination. Guck, die habe ich aber noch nicht benutzt. Okay, also du kaufst jetzt ihn ein, gell? Ja, das ist, wenn wir da schlicht und einfach nur decken. Ja, jetzt fein. Du verlierst ein bisschen Leben. Not the end of the world. Äh, wir wenden bei dir leider keine Rüstung mehr los, aber... Okay, wir machen so gut wie gar keinen Schaden. Hier bringt es scheinbar auch nicht viel. Ähm. Punkt ist, wir haben dich nächste Runde, glaube ich, so oder so. Wem sollte ich keine Kombos verschwenden jetzt dafür? Ja. Zack macht, glaube ich, trotzdem mehr Damage, weil es eine Attacke ist und somit das Schild nur einmal abgezogen wird. Aber wir können immer noch degenerieren. Oder ich will Schild geben. Ich glaube, wir sagen dafür, dass du stirbst nächste Runde. Aber du kommst auch immer noch dran. True. Wir beziehen mal Sprengstoff. Ich weiß nicht, innen taucht jetzt ein Nährstofftank auf. Ich weiß nicht, ob der erst auftaucht, wenn er tot ist oder wenn er kurz davor ist zu sterben. Daran kann ich mich gerade auch nicht mehr erinnern. Aber, ähm, für den Fall, dass er jetzt dann schon auftaucht, legen wir mal ein bisschen Sprengstoff. Okay, ein bisschen Damage gemacht. Nochmal ein bisschen Damage gemacht. Schlimmer sein können auch. Ja, ja, du wirst uns alle abschlachten und verzehren. Jetzt, dies, dies, dies darf er nicht mehr machen. Äh, das will er aber auch nicht mehr machen. This is too late, motherfucker. Ähm. Ja. So wäre schon. Warte mal. Wobei, kann ich ihn mit was anderem auch killen? Äh, ich glaube nicht. Aber ich will es nicht sehen. Na, wir brauchen ihn, ähm. Weil er könnte nochmal Schild hergeben. Deswegen meine ich, du gibst dafür Schild. Wem gibst du Schild? Äh, ich nehme mal an ihr. Ja. Gut, da wäre er jetzt zum ersten Mal tot, zumindest. Okay, und dann spawned dann. Nährstoff-Tank, alles klar. Alles klärchen. Okay, wir wissen nicht, was er macht. Ich glaube, er macht böse Dinge. Probably. They usually do. Okay, wir können ihn nicht verlangsam. Das ist das Dauerfall. Macht nicht so viel Schaden. Nimmt aber trotzdem mal auf Rüstung weg. Wie viel Rüstung hast du überhaupt? Ähm. Ich glaube, es ist trotzdem für dich mal Zeit. Wieder Schild zu verteilen an alle. Dich selber eingeschlossen. Ähm. Und wir versuchen einfach hier mal den Schild wegzukriegen. Das sind nicht mal Crits? Doch. Okay. Bringt ein Schlag-Crit mehr als... Nein, ein Heap bringt trotzdem mehr gegen den Schild, zumindest. Ja, wir müssen nicht mal Schild loswerden. Just get rid of his Schild. Bringt das schon jemand los? Nein. Okay. Jo, da ist er schon wieder. Und checkt sich gleich einen Haufen Rüstung. Können wir die ganze Zeit trotzdem den Tank angreifen? That would actually be amazing. Weil der Tank macht das die ganze Zeit. Von dem her ist es die beste Idee, den Tank zu killen. Ich meine, den Zweien kannst du die ganze Zeit machen. Mutterschrei ist such a bullshit fucking ability, my dude. Okay, wir müssen dich zuerst mal verlangsamen. Aber das passiert. Wir wissen, das passiert. Mutterschrei passiert. At some point, verschieß es. Kannst du Dauerfahren da nach hinten? Nein. Okay, that's annoying as fuck. Wobei, okay. Ich weiß, wie wir das machen. Zuerst nimm mir dein Schild weg. That's fine. Wen griffst du eigentlich an? Auch alle. Jo, kannst du ein bisschen chillen. Gehen wir zumindest das mal, ähm... Like, how bad is that for you? Not that bad. Und den anderen geht's wenigstens besser. Machen wir eine Festung her. Ja, ich glaube, du und zwei ist da hinten. Ey, so nervig. Ey, so nervig. Du und zwei ist da hinten. Ich meine, ich würde natürlich gerne Schilder hergeben, actually. Nachdem wir das nächste Mal extrem ermordet werden. Von den blöden Typen hier. Na, jetzt kommt er wieder mit seinem depperten Mutterschreik. Ja, können wir den nochmal ganz nach hinten verschieben? Yes, okay, perfect. Weg mit dir. I don't want to deal with you. Ähm, was ist Schneidezahn? Okay, das geht auf Zylos. That's fine. Oh, shit. Didn't want to do that. Actually, not that bad, though. Okay, du kannst es mal deflektieren. Okay. Wir müssen auch aufpassen, dass der uns nicht wegstirbt. Der hat zu wenig Leben. Fuck. Ich meine, wir mussten nicht unbedingt Schneidezahn machen können. Actually, wenn ich... Vergess es fein. Lass uns ihn machen. Ich meine, ich glaube schon, dass wir den killen müssen. Aber wir müssen auch ihn killen. Okay, das verlangsamt ihn weg. In dem... In dem Fall müssen wir da... Hey. Naja, müssen wir das hier definitiv nicht machen, da war. Du kannst mal Schmetterschlag machen. Ich muss blind fahren. Jetzt verteilen wir es ein bisschen. Aber der Punkt ist, wenn wir ihn gekillt haben, müssen wir ihn dann auch relativ schnell killen. Das heißt, ich glaube, wir sollten ihn definitiv mal auf null Rüstung bringen, da hinten. Ne, wir hoffen, dass wir davor nicht drauf gehen. Okay, er kommt mit seinem Mutterschrei natürlich dran, because he's a big, big piece of shit. Wichtigsten bist du. Okay, dir tut das nicht mal so weh. Wenn wir Festung machen, hier sind wir extrem tot. Nämlich mal starker? Ja. Wir können einen decken, I guess. Weil, es geht hier wirklich schlecht. Du könntest nochmal Dings aufwerten, oder wir machen ihn was anderes. Machen wir ihn was Gescheites. I don't feel like, das ist gescheit. Also, die einzige Frage ist, wie viel... Na. Lohnt sich nicht, okay. Ein paar Leute sollten vielleicht verteidigen, hier. Welchen nimmst du? Okay, wenn du verteidigst, geht's dir eigentlich recht gut. Du hast nichts wirklich Intelligentes zu tun, hier. Also, verteidigst du einmal auf alle Fälle. Äh, was ist, wenn du verteid... Wenn wir verteidigen, it's actually kinda easy. Ich meine, für dich ist es nicht so wichtig. Und du könntest dem nochmal 14 Rüstung wegnehmen. No, you cannot. But you can crit this. Ich glaube, das heißt, du musst entladen, damit der die Rüstung verliert. Und er verliert auch noch ein bisschen Rüstung, which is nice. Ähm. Was ist, wenn du verteidigst? Not... Not great, actually. Ich meine, der Unterschied ist nicht so groß. Du deckst noch niemanden, right? Warte mal, warte mal, warte mal. No, du musst dich entladen unbedingt. Wenn du machst... Wenn du wieder Blitz machst, dann verschiebst du ihn auch, oder? Naja. Und machst... Okay, that is fine, actually. Mach du wieder Blitz. Und... Kannst du ihn dann decken? Und man, das tut dir trotzdem immer noch ziemlich weh. Also wenn du zuerst Schildaufladung machst... Und dann deckst... Nicht mehr ganz so schlimm. Was ist, wenn wir dann hier noch... Warte mal, wie schlimm geht es dir? Hier geht es überhaupt nicht schlimm. Jetzt ist es fein. Okay, was ist, wenn wir dir noch Schild geben? Das ist fein. Das ist fein. Das ist fein. Das ist fein. Das ist okay, das ist okay. Not too bad. Warte mal, ist das fett, sir? Also, not that bad. Allerdings müssen wir dafür tatsächlich aufpassen. Ähm, wobei wir das ja dann wieder nachher... Ähm... Easier machen können. Wir werden dich mal verlangsamen. Und zwar nur 20 Sekunden. Das ist bitch-shitty, weil wir... Aber dafür ist es halt super. Wird dann vielleicht hier zuerst Entladung machen wollen. Allerdings würde ich auch gerne Schilde geben. Ich glaube, Schild geben ist actually just better. Er kommt halt mega früh dran nächstes Mal. Weil wir haben immer noch Blitz. Man müsste sich die ganze Zeit Schildaufladung machen, meiner Meinung nach. Okay. Wir können anfangen, seine Rüstung zu stören. This is good. This is very good. Ja, durch das er jetzt Fetzer macht, haben wir jetzt so viel Zeit gewonnen. Hat der Angriff verlangsamt? Das ist die einzige Frage. Er hat verlangsamt. Okay, 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 okay. Was ist Drehschlag? Drehschlag ist auch ein Bullshit. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss, Zorina. Ähm... Ich meine, du musst dir mal wieder... Einzige Frage ist, kann mir irgendwas, das wirklich Schaden macht da hinten? No. Okay, just asking questions. Ja, das heißt, du machst, glaube ich, das erste Schildaufladung mal wieder. Und deckst ihn. Because we can't have this. Ihm darf nichts geschehen. Ich glaube, sonst haben wir nämlich verloren. Ah, ich darf dich nicht blitzen. That's kind of Saki. Das ist, wenn wir entladen. Tut ihn nicht genug nach hinten schieben. So not really worth... Okay, wie schlimm ist das schon wieder? Naja, nicht so schlimm eigentlich. War der wer? Oh, du quittest ihn, wenn ich Schild gebe. Okay. Ähm... Sad. Wir können uns einfach fressen und dann haben wir dich bald gekillt. Dann müssen wir nur noch ihn killen. Das ist natürlich... Ich meine, er hat null Rüstung. Alright. Okay. Witz reißen. Wait. No. Wir sind zwei. Sorry. My bad. Quittest du sie? Bad? No. It's fine. Könnten wir das Sprengstoff platzieren? Ich kann nur ihn blitzen, was uns nix bringt. Wir müssen auch einfach verteidigen. Actually. Ja, ich glaube, du verteidigst einfach. Ich glaube, du blind fährst trotzdem. Und wenn wir ihn dann schon auf 18 Rüstung unten haben, stirbt er möglicherweise schon nächste... Oder bevor er das nächste Mal drankommt. Dann müssen wir dann nur noch schauen, dass der blöde... ...Tank stirbt. Hoffentlich, bevor er den nächsten machen kann. Okay. So far so good. Okay, okay, okay. This is actually... This is good. Warte. In der... Du reflektierst Schaden? That's what's happening? Na. Du auch nicht. Okay, also das ist nur, falls sie drankommen. Ähm... Ich habe eigentlich nicht wirklich vor, dass sie drankommen. Ich meine, wir morden dich jetzt, ne? Ja. Ich hoffe, er kann sich nicht umentscheiden, was er macht. Ich hoffe, er muss jetzt diesen blöden Drehschlag noch machen, bevor er das nächste Mal den nächsten machen kann, ja. Weil dann haben wir mehr Zeit, ähm... Um ihn zu machen. Wobei... Wichtig nicht lieber nach... Wobei, das ist eh nicht so schlecht. Okay, okay, okay. Jetzt fahren. Also es wäre jetzt wichtig, dass er tatsächlich stirbt, aber... Ich glaube erstens und zweitens behauptet, das Spiel das. Okay, kann er jetzt wechseln oder kann er nicht wechseln? Wenn er nicht wechseln, ist die Frage. Wenn er nicht wechseln kann, glaube ich, haben wir es. Er kommt... Er hat so viel verlangsamt, dass er so nicht mal drankommt. Okay, that is actually fucking amazing. Okay, einmal... Einfach die meisten Schadens. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Warte mal, Crit-Bonus. Ja. Eep macht ein bisschen mehr. Detonation macht 108. Ja, okay. Wobei wir uns das aufbehalten könnten. Aber ich glaube, ich würde einfach so viel Schaden raushauen, wenn möglich. Killed in Dowerfire? No, not yet. But very close. Aber wir haben noch ein paar Kombos. Kommt nachher noch wer? Es kann sein, dass nachher noch wer kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber eigentlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Solange wir den Nährstoff dann killen, bevor er Blödsinn macht. Okay, er ist noch nicht mal so schnell dran jetzt. Vor allem Dauerfeuer, leider. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt killen können, bevor er drankommt. Possibly, though. Ich meine... Wer von euch macht nicht viel Schaden? Ihr beiden zusammen macht es nicht viel Schaden. Yeah, okay, we got it. Also da werden wir jetzt Schmetter schlagen. Wir können jetzt den Schlag noch machen. Ey, ist eh schon tot. Das Einzige, was wir machen könnten, mit Zielerfassung. Also hauen wir das auch noch schnell drauf, bevor er drankommt. Yeah, hey, we did it. Woo! Session. I like it. Alright, wir hätten es, äh... Wir hätten es geschafft. Jetzt gibt es natürlich einen Haufen anderer Dimensionen, in dem genau das gleiche passiert, wo wir jetzt weiterreisen müssen. Und deswegen kann man immer weitere Runs machen. Äh, wir können auch in die Bar... Das Spiel erklärt das mal. In der Bar können wir mit ganz vielen Leuten reden, was mich nicht wirklich interessiert. Äh, sie schickt ihn schon weiter natürlich. Bla, 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 bla. No, we're the case. Ich wollte nur noch die Mechanik hierher zeigen. Spiel. Please. Stop. Yeah, yeah, yeah. Kantine, bla, bla, bla. Wir können mit allen reden. All in care. Was wir jetzt machen können, vor allem, was wichtig ist, das... I can. Hey. Goddammit. Okay, wir kriegen noch eine Zwischensequenz. Sure. Okay. Wir crime'. Okay. 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 Oh, sorry. Okay, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Okay, jetzt kriegen wir noch einen Haufen Rangaufstiege hier. Das heißt, wir können, ja, dieser Heldenverteil kann jetzt bei der Truppauswahl aktiviert werden. Wir konnten jetzt noch keine Truppauswahl machen natürlich, weil wir nicht das Tutorial gespielt haben und damit mit dem Startertrupp losgelaufen sind. Aber jetzt, wenn man in die nächste Mission geht, kann man sich aussuchen, mit wem man loszieht. Weil der Startertrupp eh ziemlich dope ist, muss ich sagen. Okay, please. Komm her, okay. It's gonna take a while. Ja, wir haben die Aegis freigeschalten. Wissen und Tech nutzen, genau. Wir können Wissen und Tech nutzen, das zeige ich euch jetzt gleich. Okay, please stop. Danke. Wir können Wissen und Tech nutzen, um Sachen für... Erstens können wir neue Items freischalten. Okay, erstens können wir neue Renegades freischalten. Das werden wir auch gleich machen. Aegis war leibend. Die hätte ich gerne bitte immer zur Auswahl. Natürlich unseren Schadenstypen. Namensvollstrecke. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch viel anders machen können. Kommando haben wir diesmal nicht benutzt, aber Kommando ist billig. Von dem her schalten wir mal den frein. Aber jetzt wollte ich noch schnell herzeigen. Moment, kann ich bitte... Let me out. Ja, 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 ja. Geh da rüber. Hier können wir die anderen, die, was auch immer die Punkte waren, verwenden für neue Ausrüstung. Das habe ich das letzte Mal großartig gemacht, nur war das ein Fehler, weil wir können nämlich auch da hin und so etwas extrem geiles freischalten, wie repariert 50 Rüstung automatisch nach jedem Lagern. Which we gonna do. Und dann schauen wir, was sich mit dem Rest noch ausgeht. Für, ähm, unser Arsenal hier. Äh, alle Angriffe werden 5 Sekunden schneller ausgegeben. Alle Angriffe plus 10 Schaden. Alle Angriffe... Okay, Bosa, das ist nicht schlecht. Das bist du. Bist du ein Gewehr? Sieht ein bisschen aus. 5% schneller. Plus 2 Rüstungsschaden. Kritschaden. Plus 5 Schildbohrrunde plus 10 Schilde. Ich meine, das ist nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht. Das haben wir Schaden, oder? Das sind schließlich keine Feiglinge. Was gibt's als nächstes? Es gibt Schänder. Das ist ein Zorn pro Crit. Angriffe werden 5 Sekunden schneller ausgeführt. Multi Angriffe plus 10 Sch... Wie weiß jemand, dem das hier gefallen könnte? Alle Angriffe plus 10% Schaden befügt zusätzlichen 5 Sekunden Verlangsamung für Gelder. I like that. Alles, was mir zusätzliche Verlangsamung gibt, ist gut. Alright. Hätten wir das erledigt. Das war's für den heutigen Stream. Ich weiß nicht, ob wir noch ein weiteres Darwinigate streamen. Das Interesse hält sich sehr in Grenzen. Worum ich sagen muss, das Spiel macht echt großen Spaß und ist ziemlich interessant. Ich weiß daher auch nicht, ob noch weitere YouTube-Videos rauskommen. Vielleicht mal ein Let's Play draus. Vielleicht mal ein Let's Play draus. Ich weiß es noch nicht. Anyways. Für jetzt wär's das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Grüß.